Hey Leute, was geht? Willkommen zu unserem Video und zwar geht's heute um den Erfolg Texas Drove & Drove und zwar müssen wir für den Erfolg, anders als in der Erfolgsbeschreibung steht, 5 Charaktere auf Level 5 leveln und nicht alle. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist, vielleicht wird das Ganze gepatcht nach ein paar Tagen oder Wochen oder es ist vielleicht auch eventuell zu gewollt, ich weiß es nicht zu 100%. Es sollte auch egal sein, ob wir jetzt Familienmitglieder auf Level 5 leveln oder die Opfer auf Level 5. Ich persönlich habe es bei den Opfern gemacht und da weiß ich auch, dass es auf jeden Fall zu 100% funktioniert. Ihr braucht jetzt insgesamt 95 Fertigkeitspunkte, um diesen Erfolg zu bekommen. Falls ihr jetzt mal einen Charakter vielleicht auf Level 10 gelevelt habt oder auf 7 oder 8 und wollt die Punkte quasi zurückerstatten, dann könnt ihr das hier ganz ohne Probleme machen. Das könnt ihr auch unbegrenzt machen, so oft wie ihr wollt. Die 95 Fertigkeitspunkte solltet ihr bekommen, indem ihr quasi Level 17 erreicht. Ich bin jetzt nicht zu 100% sicher, ob es genau Level 17 ist, es muss aber auf jeden Fall um dieses Level drumherum sein. Und wie gesagt, ihr müsst jetzt lediglich nur noch 19 Fertigkeitspunkte pro 5 Charakter ausgeben. Es ist ganz wichtig zu wissen, dass nicht jeder Punkt hier gleich nur einen Fertigkeitspunkt kostet, sondern je nachdem was ihr kauft, müsst ihr entweder einen Punkt zahlen dafür, zwei Punkte oder drei Punkte. Diese Sterne, was ihr hier seht, die kostet immer einen Punkt. Diese Perks kosten immer zwei Punkte und dann gibt es auch noch diese Fragezeichen, die kosten immer drei Fertigkeitspunkte. Deswegen behaltet es so ein bisschen im Hinterkopf, es ist lediglich aber nur wichtig, wirklich auf 19 Fertigkeitspunkte zu kommen, die ihr halt eben in diesem Netz ausgibt. Unten links seht ihr auch immer, wie viele Fertigkeitspunkte ihr noch habt und ihr habt neben Truly quasi so einen gelben Balken, da seht ihr dann auch immer quasi, wie viele Fertigkeitspunkte ihr schon ausgegeben habt. Und wie gesagt, ihr müsst einfach nur mit fünf Charaktern 19 Punkte ausgeben, sodass ihr Level 5 erreicht habt und dann solltet ihr den Erfolg bekommen. Und ja, das soll es im großen Ganzen mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich an der Stelle wie immer fürs Zuschauen und ich würde sagen, man hört sich. Ciao, ciao.